1.000 Meter noch, um zwei Statuen zurückzubringen. 1.000 Meter noch, um zwei, um zwei, um zwei, um zwei. Diese Leute gehen mal nicht. Ich schlagen kann, ne, für mich manchmal nicht. Komm. Das war's. Habe ich jetzt eigentlich die Waffe immer dabei, oder nicht? Okay, es sieht mir leider nicht so aus. Schade. Muss ich wahrscheinlich warten, bis ich von der Polizei eine Waffe bekomme. Oh. Gut, der Krankenwagen ist schon dort. Für die anderen zu versorgen. Okay. Steht the way up. Okay. sind wir gleich dort am Karate-Studio wieder in Nordpoint was ich habe nichts getan 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 aber nicht lief wie sprechen wir über die Dinge die ich nicht zeigen kann wir brauchen nicht ich wusste ich wusste dir einmal ich glaube nicht, dass die Leute so viel verändern dass die Leute so viel verändern aber ich mag deine Hoffnung was würdest du lernen ja gute Frage Bedürfungsvorgangriff Springfield Kick Angriffsschlag Angriff nach einem Tackling das ist in die wöww 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 Okay, das wird kompliziert. Wenn ich das so sehe. Ja, ich habe ja noch zwei oder drei. Angriffsschlag. Das werde ich mir niemals merken. Aber gut. Yes. Nochmals, bitte. Das hört sich doch gut an. Und vorgeangriff auf betröbte Gegner. Oh, ich glaube, das ist doch gut. Das ist so in zwei Sekunden. Ich glaube, ich nochmals eine haben. Kurz warten, yes. Heute ist wohl Karatontricht angesagt. Der Beinbrecher wird es diesmal sein. Ich denke, das fürchtet. Oh. Junge, du wirst. Kaputt. Das hört sich immer so bad an. Ihr Ancestor ist Kord. Dann wird es auch. Ah. Ich denke, du wirst. Ich denke, du wirst. Ich denke, du wirst. Ah. Ich denke, du wirst. Junge, dich mach ich fertig. Yes, das werde ich machen. War das jetzt die Letzte? Zieht. Fasche-Taste. Ne, doch, war doch richtig. Triadenpunkt habe ich auch noch. Schlagresistenz. Hört sich gut an. Und das war's. Dann erstmal hier mit den Statuen. Neuer Fall. Klauschangriff. Ne, wie genießt was zum neuen Fall. Dann ist das das Letzte, was ich heute mache. Es ist schon wieder spät. Es ist 21 Uhr. Morgen muss ich arbeiten. Und da habe ich... ...keinen Bock gleich nachher ins Bett zu gehen. Und da kann ich Zeit mir zu haben. Und da kann ich Zeit mir zu haben. Aber diese letzten paar Fälle fühlen mir nicht wie ein Mannslautern. Es hat mehr so ein... ...deliberateter Gefühl zu es. Willst du es ausprobieren? Ja. Geh in den Zirkus und seh, was du findest. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ich bin in den Zirkus. Eine große Nummer im Rennzirkus. Ich sag ihm, du möchtest dich. Ja, ich bin Wei. Wei Shen, bist du bereit für eine Rennung? Ja, sicher. So lange, dass du nicht verlierst. Gut. Sag ich nicht nein. Wenn man mir hier so ein schönes Auto zur Verfügung stellt. Hoffentlich gewinnen wir das Rennen. Den wir hier diesen Tresor ausgeplündert haben. Das muss halt immer sein. Hm. Nice to cut him. Go! Pass auf! Fast die Frau überfahren. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht allzu schwer wird. Denn eigentlich hasse ich Rennfahren in Open World Spielen. Was immer echt beschissen ist. Junge, wo fährst du durch? Junge, wo fährst du durch? Und andere Fahrzeuge rammen. Wahrscheinlich schon, aber bringt mir wahrscheinlich nichts. Vielleicht ist ja auch das Rennen gescriptet, dass ich verlieren muss. Wir haben 40%! Alter! Ja, nice. Vor allem wird das alles wieder abgezogen von der Polizei-Erfahrungspunkte. Kommst du hier nicht vorbei? Okay. Ein bisschen Abstand habe ich. Aber ich glaube, das wird nicht lange so bleiben. Okay. So. 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 Und Sachschaden wird halt passieren. Ich bin hier kein guter Fahrer. Wahrscheinlich wird man mich im letzten Moment wieder überholen. Oder es ist so gescriptet, dass sie am Schluss nicht mehr aufholen können. Kann natürlich auch sein. Und das sieht doch ganz gut aus. Yes. Nice. Okay. Irgendwie weird. Strassenrennszene infiltriert. Jakob-Erfahrung. Wahrscheinlich nicht so viel. 1100 Hongkong-Dollar Weltbericht über Hotshot beschlagnahmter Rennwagen freigeschaltet. Love is Love. Adi, doh, doh. Moin. Weisings. Wie sieht doch aus, wie er backe. Dankeschön. Wir toutes.